Ja, bevor es losgeht, gerade noch ein kleiner Hinweis, die letzten Lesungen, die es jetzt noch gibt, haben wir jetzt Ende Januar in Berlin, dann in Wien, ich glaube im März und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der pompösen Liebeschipp-Party für die Community in Köln. Anfang April findet ihr alles auf liebeschipp.de unter Lesungen. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeyer, Partner, Beziehungscoach, Diplom-Psychologe und diesmal Videoblog rund um den Themen Dating, Beziehung und Liebe. Guckt gerne mal, wenn ihr neu hier seid, das ist vielleicht so ein Video, wo auch viele neue reinkommen, in meine Kurse rein auf liebeschipp.de. Ja, heute wollen wir uns um das Thema Einsamkeit kümmern. Es gibt ja viele Hinweise, dass wir so eine firmenrechte Einsamkeitsepidemie haben. Also in den USA geht man schon bald von Richtung 50 Prozent Single-Haushalten aus. Wobei es muss ja nicht zwingend einsam heißen. Europa oder in Deutschland folgt das auch sicherlich. Die ganze Industrie stellt sich schon drauf ein. Und was ist denn da eigentlich los? Und heute wollen wir mal ein bisschen überlegen, ist das wirklich so schlimm? Also vielleicht fühlst du dich auch schlecht deswegen, dass du nicht so viele Freunde hast oder hast das Gefühl, irgendwas läuft da falsch oder was ist hier bloß los? Und was soll ich noch machen? Aber das Problem ist ja, vielleicht kennst du das, du bist schon sehr für dich. Dann denkst du, boah, jetzt muss ich auch mal rausgehen. Textest deine Freunde an, die schreiben nicht zurück, wie das heutzutage oft so ist. Melden sich nicht, machen ihr eigenes Ding. Du gehst auf eine Dating-App, erlebst du nur Schrott irgendwie. Keine Ahnung, gehst in irgendwelche Gruppen, habe ich jetzt auch gerade wieder gehabt. Gehst auf eine, was weiß ich, irgendeine Sportfreizeit, wird total viel gesoffen. Und ja, ist ja auch nicht schlimm, ne? Jeder macht das, wo er Bock drauf hat, ist ja nicht verboten. Aber du denkst dann vielleicht, denkst, hm, ist das das, wo ich einfach nicht Bock drauf habe und fühlst dich dann vielleicht falsch. Und ja, aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so falsch, erst mal, wenn so viele Menschen auch so eine gewisse Alleinsein, würde ich es mal nennen, so vorziehen. Das ist vielleicht auch ein Grund, vielleicht hat es ja irgendeinen gewissen Vorteil, sozusagen, so zu leben, wenn das so viele machen. Also man muss es ja nicht nur so als Ende der Menschheit sehen, sondern auch zu sehen, hm, wenn so viele lieber Single bleiben wollen, als in einer Beziehung zu sein. Oder wenn sie so viel lieber allein sein wollen, als crappy Freundschaften zu haben. Ja, vielleicht ist da ja was dran, so, ne? Und ja, es gibt tatsächlich auch Forschungen, die in die Richtung geht, ja, dass so Einsamkeit eigentlich auch nur dann schlimm ist. Also da gibt es natürlich so grässliche Studien, irgendwie man stirbt 300 Jahre früher und ich weiß nicht was. Dass es aber nur dann schlimm ist, wenn man das auch als Einsamkeit ansieht und nicht als eine qualitative Zeit ansieht, ne? Wie man sagen würde, wenn es, ja, ich bin einfach viel alleine, so, ne? Und da gibt es auch so Forschungen an Mönchen, die sind ja auch, socialisern ja auch nicht so viel. Und, ähm, ja, ich glaube, die socialisern nicht mehr in ihrem Kloster so viel. Und, ähm, ja, da konnte man halt auch feststellen, naja, das ist halt nur dann schwierig, wenn, ähm, wenn man dem keinen Wert bei ihm ist, so, ne? So, dann nochmal das zweite Teil von dem Video. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, super wichtig, ähm, Zeit über Leine verbringen, ist auch zu sagen, hey, das ist sinnvolle Zeit. Ich finde sowieso, je älter man wird, umso mehr, ähm, was gar nicht, womit das zusammenhängt, ähm, hab das Gefühl, Jahr um Jahr genieße ich das mehr, einfach, äh, Stille oder Natursounds oder einfach, äh, Löcher an die Wand starren, äh, die Nacht, die Stille der Nacht, ähm, großartig. Und, ja, ist ja auch, äh, Gelegenheit, sich, ähm, spirituell dann zu docken, wenn einem das was gibt, ähm, aber, äh, ja, man ist ja eigentlich auch nicht allein, man hat ja sich, sich selber, ne? Ich finde, man kann sich ja auch selber immer mehr Freund werden und dann was, ähm, Gescheites aus dieser, ähm, Me-Time, ähm, machen. Und obendrein, also je besser du alleine klarkommst, äh, arbeitest du eigentlich auch indirekt an deiner Beziehungsfähigkeit, ne? Du wirst, äh, weniger needy, ähm, du, ja, hast noch weniger Lust irgendwie, irgendwelche Red Flags zu tolerieren, ähm, wirst nicht so People-Pleaser-mäßig, ähm, du sagst, was du denkst, ähm, und du weißt, du kannst jederzeit gehen, ne? Das sind auch viele, viele Vorteile, sag ich mal. Ähm, also insofern wäre doch mal mein Aufruf, äh, wenn du was Gefühl hast, du bist viel mit dir, ähm, versuch doch mal so ein, so eine gewisse Zeit an einem Tag zu sagen, nee, ich find's auch, find's auch gut. Und was mach ich denn als Lustiges mit mir? Geh ich mit mir auf ein Date? Was mach ich jetzt? Und versuch dich mal nicht irgendwie mangelhaft zu fühlen, sondern versuch zu denken, hey, das ist auch eine Zeit, wo meine Seele heilen kann, wo ich runterkommen kann, ne? Wo ich mich nicht ärgern muss über andere, wo ich nicht, äh, Leuten begegne, die sowieso nur im Ego sind, wo ich, ähm, nicht versetzt werde, wo mir nicht zurückgeschrieben wird, wo ich, keine Ahnung, wo ich nur benutzt werde, aufgrund irgendwelcher Ressourcen oder Fähigkeiten. Ich hab, ähm, ja, eine Zeit, wo du, wo dein Nervensystem zur Ruhe kommen kann und auf parasympathisch umschalten kann. Ähm, und, ja, man muss ja deswegen nicht, ähm, wie soll ich mal sagen, auch wenn du jetzt nicht im Austausch mit jemandem bist, musst du ja nicht unbedingt zu Hause hocken, ne? Also ich würde, glaube ich, schon empfehlen, wenn nur viel für dich ist, ähm, weiß nicht, geh mal in einen Coworking-Space oder, äh, je nachdem, wie du arbeitest oder, ähm, weiß nicht, geh in irgendeine Ausstellung oder setz dich in einen Café oder geh in einen Park im Sommer. Äh, ist ja völlig in Ordnung, unter Menschen zu gehen. Wer weiß, was sich da womöglich ergibt, ne? Man weiß es ja nicht, was das Universum so für einen bereithält oder was man sich vielleicht schon längst manifestiert hat, was dann plötzlich erscheint. Also insofern ist es, glaube ich, schon gut, unter Menschen zu gehen, ohne mit denen interagieren zu müssen. Und wer weiß, vielleicht kommen ja auch irgendwann wieder bessere Zeiten. Also ich finde es momentan, habe ich nach wie vor das Gefühl, weiß nicht, wie es euch geht, dass sie auf so einen, wie soll ich mal sagen, so einen Peak, äh, zulaufen, was so Oberflächlichkeit, äh, Narzissmus, Ego, ähm, weiß ich nicht, ähm, Brot und Spiele, Zerstreuung, äh, angeht, also da, ähm, ich, äh, also ich weiß auch nicht, ich glaube, ich finde auch, vielleicht ist es auch so eine Sache, wenn man keine 20 mehr ist, dass man eigentlich, kann eigentlich nur noch mit, mit Nachsicht auf all dieses bunte Treiben schauen und, äh, auch, auch, ähm, politisch, sag ich mal, wenn man schon so 10 Regierungen erlebt hat, ja, aber das ist eine andere Geschichte, 10 Regierungen erlebt hat, kann man einfach nichts mehr ernst nehmen, das ist sowieso immer der gleiche Scheiß, wirklich, aber gut, das wäre ein anderes Video, das, ähm, also ich glaube, Zeit mit sich zu verbringen, äh, ist nicht das Schlechteste und vielleicht, vielleicht sind es noch die Corona-Auswirkung, ich habe schon mal das Gefühl, äh, komische Zeiten, äh, aber was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, macht die fucking Kursen, macht vielleicht auch mal meinen Glückskurs rein, unter den Mentalheld-Kursen auf liebe-schiff.de, und wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben.